Moin Leute, Trimax hier. Am 19.09. kommen neue Balance Changes. Heißt, einige Karten werden besser, einige Karten werden schlechter. Das richtige Update, das ist auch schon so gut wie fertig und es wird demnächst kommen. Um dort nichts zu verpassen, lasst einfach ein Abo auf meinem Kanal da. So und jetzt sprechen wir mal kurz die Balanceänderungen durch. Also ganz, ganz wichtig, es wurde Zeit, ich habe so lange darauf gewartet, ich habe in meinen Streams richtig darunter gelitten, dass der Riese einfach zu stark war. Der Riese soll funktionieren wie der Golem, der soll nur tanken und das was hinter den Riesen ist, sprich ein Musketier, ein Magier oder ein Minipacker, das soll den Schaden verursachen. Aber jetzt war es so, wenn man den Riesen außer Acht lässt und sich ums Backup vom Riesen zu kümmern, macht der Riese in der Zwischenzeit einfach den Turm kaputt. Und das Ganze noch in der Kombination mit einem Poison Spell, es war einfach zu stark. Jeder andere YouTuber, auch aus dem englischsprachigen Raum, meinte einfach, dass der Riese zu stark ist. 5% weniger Schaden ist okay, geht in die richtige Richtung. Müssen wir dann noch gucken, wie sich das im Spiel wiedergibt, wie sich das verhält. Klingt jetzt nicht so viel, 5%, aber er sollte auf jeden Fall viel bringen. So, jetzt haben wir als nächstes den Wutzauber. Und zwar war es so, dass der Holzfäller zu stark war. Wenn der Holzfäller stirbt, lässt er einen kompletten Wutzauber einfach fallen und das war zu stark. Deswegen hat Supercell jetzt den Wutzauber etwas verändert, damit der Holzfäller wieder ein bisschen schwächer wird, weil der ist einfach zu stark. Dadurch hat sich aber auch der Wutzauber an sich verändert und das finde ich nicht schlecht. Ich selber sehe es als Buff, also dass die Karte besser gemacht wird. Dadurch kann man sie öfter benutzen. Die Elixierkosten wurden auf 2 verringert, bisher hat er ja 3 gekostet. Aber der Effekt vom Wutzauber selbst wurde auch verringert, von 40% auf 30%. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also prozentual gesehen wird der Wutzauber verhältnismäßig zu den Kosten ein ganzes Stück besser. Und er kostet nur 2 Elixier und ich sag mal so, wenn Mini-Pekka am Turm ist, kann man natürlich einen Sepp unterstützen mit 2 Elixier. Aber in einigen Situationen würde es sich auf jeden Fall auch lohnen, dass man den Wutzauber dahinter herbringt. Dass die Karten einfach mehr Hits rausbekommen. Finde ich ist genau das Richtige, dass man, ich finde es gut, wenn die Offensive besser gemacht wird als die Defensive. Und der Wutzauber ist ganz, ganz klar ein sehr offensiver Zauber. Was war noch? Der Wutzauber, genau. Und seine Dauer wurde auf 2 Sekunden verringert. Das war auch noch mit dabei. 2 Sekunden ist nicht viel, aber in einem Game wie Clash Royale kann das schon einen ganz großen Einfluss haben. Als nächstes haben wir den Holzfäller. Ganz normal, wie ich es gerade gesagt habe. Der Wutzauber wird ein bisschen schlechter. Aber dafür, damit wird dann auch der Holzfäller schlechter. Aber das steht alles noch in einem richtigen Verhältnis. Der Holzfäller ist ja auch so stark ohne den Wutzauber. Und jetzt wird es richtig interessant. Der Spiegel. Der Spiegel erhöht das Level der Karte, die man vorher gespielt hat, um 1. Also, wie soll man das sagen? Naja, ihr müsst den Spiegel auf dem richtigen Level haben. Ich sage es mal am besten im Turnierstandard. Ihr habt den Spiegel, das ist eine epische Karte, ihr habt den Level 4. Und dann setzt ihr eine Prinzessin ein auf Level 1. Und dann spiegelt ihr sie. Dann kostet sie 4 Elixier und nicht mehr 3 Elixier. Aber dann ist die Prinzessin auch auf Level 2. Und das ist richtig heftig. Das heißt, ihr könnt im Turnierstandard die ganzen Legendary Karten Sparky Level 2 haben. Oder ihr könnt einen Royal Giant Level 10 haben. Oder was weiß ich. Da fallen euch bestimmt ganz, ganz viele Kombinationen ein. Ich lehne mich jetzt mal schon ein bisschen aus dem Fenster und sage, welche Karten durch diesen Spiegel im Turnier deutlich besser gemacht werden. Und zwar einmal gehe ich nicht davon aus, dass das diese teuren Karten werden, die krass sind. Zum Beispiel, dass man einen Golem Level 4 einsetzt und dann noch hinterher einen Golem Level 5. Das ist zu teuer, das macht keinen Sinn. Deswegen würde ich eher sagen, dass die günstigen Karten krass werden. Und da habe ich ganz, ganz klar im Fokus die Kobolde. Kobolde Level 10 sterben nicht von einem Zapp auf Level 9. Und soweit ich weiß, können sie auch 3 Tower Hits tanken und nicht nur 2. Das kann richtig krass werden. Die gespiegelten Kobolde. Es ist mein Call. Ich sage es jetzt schon, Tage bevor das Update draußen ist, sage ich, die Kobolde werden gespiegelt im Turnier richtig geil werden. Was kann ich mir noch vorstellen? Der Bowler. Der Bowler gespiegelt, klar, der kostet schon 5 Elixier. Früher hat er 6 gekostet, dann kostet er wieder 6 Elixier. Weil 2 Bowler harmonieren richtig, richtig gut miteinander. Wenn sie zum Beispiel deren Kugeln zeitversetzt voneinander losschicken, dann schafft es ein Mini-Packer, ein Valkyra, ein Ritter oder diese ganzen Einheiten schaffen es nicht, an die Bowler ranzukommen. Und wenn man das richtig timet und ausnutzen kann, können 2 Bowler, der gespiegelte Bowler, einer auf Level 4, einer auf Level 5, im Turnierstandard richtig, richtig stark werden. Zusätzlich, dadurch, dass der Spiegel die Karten ein Level höher macht, kann man jetzt seine Karten nicht nur Level 13 haben, sondern Level 14. Dann hat man irgendwie Level 14 Minions oder Level 14 Barbaren. Das wird auch eine richtig, richtig geile Sache. Okay, das zum Spiegel. Also da könnten wir jetzt auch ewig drüber reden, da kann man so viele geile Kombinationen machen. Das bringt sehr viel Abwechslung ins Spiel und das ist auch sehr, sehr nice. Aber wir müssen uns gedulden, bis die Karte rauskommt und dann werden wir es sehen. So, zum nächsten. Der Blitz-Stunt jetzt für 0,5 Sekunden. Es werden schon Witze gemacht, dass dem, den Sepp wurden ja gerade 0,5 Sekunden Stuntime weggenommen und die wurden jetzt dem Blitz hinzugefügt. Kann man ganz gut machen. Man sieht viele drei Muskeltiere, die sind natürlich trotzdem vom Blitz sofort down. Muss man sich aber fragen, was bringt da der Stunt, wenn die Einheiten eh tot sind. Aber ist vielleicht ein ganz witziges Feature. Mal gucken, was man damit machen kann. 0,5 Sekunden ist jetzt auch nicht so viel. Allerdings könnte das sehr, sehr geil sein auf einem Infernoturm zum Beispiel oder auf einem Sparky. Das sind so die Situationen, wo der Reset relativ stark werden kann. So, und jetzt haben wir das nächste Kampfholz. Es ist an der Zeit, dass das Kampfholz endlich mal eine legendäre Karte ist. Das Kampfholz kann alle Bodentruppen zurückstoßen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wenn so ein Golem einen Knockback kriegt von so einem kleinen Kampfholz. Das wird bestimmt richtig geil sein. Auch, dass man Riesen zurückschieben kann. Die Prinzen werden zurückgeschoben. Finde ich auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Sache. Dadurch wird das Kampfholz wahrscheinlich eine ganze Ecke stärker. Ich weiß noch nicht, was das Ganze bringen kann. Aber mal schauen. Ich gehe mal auch davon aus, zum Beispiel gegen den Royal Giant wird das Kampfholz sehr, sehr stark sein. Dadurch wird der Royal Giant halt nach hinten geschoben und dann muss er sich ein neues Target setzen. Und wenn er dann irgendwie einen Grabstein gesetzt hat oder eine Kanone, greift er nicht mehr den Turm an, sondern die Kanone. Also auch da kann das Kampfholz sehr, sehr stark werden. Als letztes haben wir noch so eine etwas kleinere Änderung. Den Bomber. Trefferpunkte um 2% verringert. Ist völlig egal. Es kam nie vor, dass der Bomber mit einem HP überlebt und dann noch großartig viel Schaden verursacht. Viel, viel interessanter ist es, dass sein Schaden um 2% erhöht wird. Und das kann auf Einheiten wie den Barbaren oder allen möglichen Bodeneinheiten, wenn man schon einen Sepp draufgeklatscht hat oder schon einen Poison Spell, dann können diese 2% auf jeden Fall den Unterschied machen beim Bomber. So, das sind die ganzen Änderungen. Ich freue mich richtig auf den Riesen. Der wird schlechter. Allerhöchste Zeit. Spiegel wird ultra geil. Wird so eine Riesenvariation ins Spiel reinbringen. So viele neue Kombinationen werden entdeckt werden. Da habe ich schon richtig viel Bock drauf. Was ist noch gut? Ja, das Kampfholz. Kampfholz stößt alle Truppen zurück. Finde ich auch sehr, sehr nice. Bin ich in den Turnieren gespannt. So, das war es soweit. Wie gesagt, demnächst werden noch ganz, ganz viele weitere Updates kommen. Ich würde euch das am liebsten jetzt schon erzählen, aber das darf ich noch nicht. Ich versuche dann halt immer der Erste zu sein. Lasst ein Abo da, um dort in Zukunft nichts zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute. Haut rein. Da wird dich loslassen. Alles klar. Friday. Untertitelung des ZDF, 2020